So lösen Sie Ihr einmonatiges kostenloses Probeabo von GeForce Now ein. HP bietet Kunden ein kostenloses einmonatiges Probeabo der Priority-Mitgliedschaft von GeForce Now an. Das Angebot wird zunächst auf Käufer des Modells HP Chromebook X360 13B CA000 erweitert, in dem ein gedruckter Flyer verwendet wird, der in der Verpackung DIB abgelegt wird. Dieses kostenlose einmonatige Probeabo wird Kunden in Kanada und den USA sowie ausgewählten Ländern in Europa angeboten. Um das Angebot einzulösen, müssen Sie zuerst den Aktionscode von Surf Giveaways anfordern. Scannen Sie den QR-Code auf dem DIB-Flyer oder navigieren Sie zur HP-Angebotsseite auf joinsurf.com. Klicken Sie auf Meinen Code anfordern, um fortzufahren. Klicken Sie auf der Seite Surf Giveaways auf Giveaway eingeben. Klicken Sie auf das Meinen Code eingeben Feld. Die Anmelde- und Registrierungsoptionen werden angezeigt. Nur Kunden in den USA und in Kanada können sich über Surf-Konten anmelden. Kunden in anderen teilnahmeberechtigten Regionen sollten sich bei ihren Twitch, Twitter, Facebook oder EA-Konten anmelden, um fortzufahren. Klicken Sie auf Mit Surf fortfahren, um sich mit Ihrem Surf-Konto anzumelden. Wenn Sie sich bei Surf Give abmelden müssen, klicken Sie auf Ich habe kein Konto und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Surf-Giveaway-Konto zu erstellen. Klicken Sie auf Per E-Mail anmelden. Geben Sie Ihre Surf-Anmeldedaten ein und klicken Sie auf Anmelden, um fortzufahren. Sobald Sie angemeldet sind, geben Sie die Seriennummer Ihres Geräts im Feld Meinen Code eingeben ein und klicken Sie auf Antwort senden. Ihre Eingabe wird bestätigt und eine E-Mail mit dem Nvidia-Aktionscode wird an Ihren Posteingang gesendet. Sie können Ihre einmonatige, kostenlose GeForce Now Priority-Mitgliedschaft jetzt einlösen. Die E-Mail enthält einen Link zur Nvidia-Angebotsseite zum Einlösen des Angebots und den Promocode, den Sie auf der Einlöseseite eingeben müssen. Klicken Sie hier, um auf die Angebotsseite zum Einlösen von Nvidia-Angeboten zuzugreifen. Geben Sie den in der E-Mail enthaltenen Promocode ein, vervollständigen Sie den Bestätigungstext und klicken Sie auf Einlösen. Melden Sie sich bei Ihrem Nvidia-Konto an. Nachdem Sie sich bei Ihrem Nvidia-Konto angemeldet haben, klicken Sie auf Einlösen, um die kostenlose, einmonatige GeForce Now Priority-Mitgliedschaft zu aktivieren. Ihre Einlösung wird bestätigt. Um zu beginnen, klicken Sie auf der Nvidia-Website auf Los geht's. Eine erfolgreiche Aktivierungs-E-Mail von Nvidia wird an Ihren Posteingang gesendet und Sie können auf Jetzt spielen klicken, um mit GeForce Now loszulegen. Klicken Sie auf die Registerkarte Wiedergabelisten in YouTube, um HP-Videos in anderen Sprachen zu finden. Suchen Sie auch in unserem Kanal nach offiziellen Support-Videos. Als das bei Ihrem Abonniert Villers define